Hallo zusammen! Einige von euch kennen ja unseren Kanal und ihr wisst, dass normalerweise mein Mann Volker, ich und unser Cocker Spaniel Joe zusammen in unserem Kastenwagen unterwegs sind. Diesmal zeigen wir euch ausnahmsweise ein etwas anderes Video. Eine Woche Flugreise nach Marokko, Marrakesch, Rehat Noga und ich bin allein unterwegs zusammen mit meiner Mutter. Viel Spaß beim Anschauen! Super! Und alles hat bestens geklafft. Wenn man einen Moment aufs Auto gebracht hat, ist scheinbar unmissverständlich. Ich staune hier über die Auswahlstraßen vom Flughafen, die Tiktok liegen auch immer. Ja, das ist perfekt hier. Und die vielen Rosen, die wir schon gesehen haben. Die vielen Rosen und die Bäume rechts und links. Es sieht alles sehr, sehr gepflegt aus. Soh, ihr wisst ja heute ministriesert. Und jetzt schaut euch ein paar Minuten. ? 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 Ah, Khadija! Bonsoir Khadija! Bonsoir, wie geht's? Und wenn man aus der stürmeren Gasse kommt, kann man kaum glauben, wie man hier landet. Jetzt haben wir unser erstes Frühstück hier auf dieser Terrasse. Alles wird abgefrühstückt, das heißt, alles sieht so aus, als könnten immer noch vier Leute davon satt werden. Und wie immer ist es einfach traumhaft schön hier. Hier kann man ganz lange aushalten. Musik 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 Jetzt will ich doch mal gucken, ob ich jetzt nicht doch die besseren Karten habe als Mutter Aber meistens gleicht es sich aus Ja, jetzt gerade sieht es auch nicht so aus Die neuen lege ich ihr nämlich immer noch nicht hin So sehen meine gerade aus, aber das darf Mutter nicht sehen, die sitzt nämlich da Sie hat es geschafft, ein Blatt abzubeißen und runterzuholen, ja? Musik 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 Oh, merci! Merci, effectivement! Ich wünsche Ihnen die Artichock und Spaghetti und Couscous zusammen. D'accord. Ja? D'accord. Und nicht die Entritte? Die Entritte? Die Entritte sind nur die Artichock und Spaghetti und Couscous. D'accord. Danke. 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 Das ist so, alle, keine Ahnung. Das ist so, alle, keine Ahnung. Das ist so. Musik 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 So, ich habe gedacht, ich hätte auch die Schockenböden mit Forelle bestellt, stattdessen habe ich jetzt Tomaten mit Sardellen gekriegt und ich muss sagen, das schmeckt ausgesprochen lecker. Und nachher kriege ich noch meine Hähnchen-Tagine und die Mutter hat hier die Crepe mit der Atlasforelle und eine Kürbissuppe. Musik 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 So, und hier werde ich meinen vegetarischen Vorsätzen mal wieder umtreuen. Ich habe nämlich wieder die Hähnchen-Tagine bestellt. Das ist Poulet au Citron und ich liebe es. Es ist super lecker. Heute machen wir nämlich eine besondere Tour, die Gabriele Nuag Spät fährt mit uns in die Berge, die Dreitäler-Tour von Marrakesch aus. Musik Wir besuchen den traumhaft schönen Garten, der von André Heller angelegt wurde, Anima, 30 Kilometer außerhalb von Marrakesch. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020